Was ist denn dein Preis? Was wollt ihr denn haben, damit ich ein Glas reinige? Ich sehe abgefuckten Scheine. Junge, wer hat hier das Listerin geäxt? Der Van Dalen. Der hat einfach eine Flasche Listerin geäxt. Listerin, Alter. Also Mundrauser, Junge, der hat einfach eine Flasche geäxt. So, genau. Ich mach das drunter. Das hat sich nicht berührt. Ich bin ja nicht bescheuert. Ich bin zwar völlig dicht. Halt es mal weit weg. Einfach von deinem Körper. Ist die Tür zu? Geh mal die Tür zu. So, genau. Film mal von dort. Geh mal dorthin. Also hier ist hinter dem PC-Superfahrer. Schatz, geh weiter nach hinten. Und pass wegen deinem Flügel auf. Die fangen Feuer. Danke, Alexei, für eure Sack. Dem Schender soll mir eine Spende vorlesen. Moment. Die Tipp ist, Streamshand danach mal durchgehen, bitte. Hä? Bin ich doch, oder? Nee, der war einiges mal viel in Daumen. Äh. Ja, ich bin bei... Warte, 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 warte. Bitte mir eine Hand nehmen. Also bitte... Junge, Junge! Ja, ja! Okay, das T-Shirt trennt. Stopp! Stopp! Bitte! Hey, was ist denn hier los? Ah, Mann! Ich löscht's! Ich löscht's! Oh, Junge! Okay, stopp! 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 Alles, guck mal, ist kein Rauch. Warum wollt ihr sein Naturprodukt? Danke, Junge. Ja, das kommt doch ein Handy. Achso, ja, Moment, ich mach das schon hier. Äh, und dir? Okay, alles klar. So lange, ihr dürft das Kind, das ist besser. Wirklich, guck mal ja, ist kein einziger auch. Ja. Nee, nicht wir. Das sind die Bullen. Das sind die Bullen? Nee, nee, das ist... Nee, die Bullen sind das nie. Das ist ein Krankenwagen, das Feuerwehr. Das ist ein Krankenwagen. Bist du sicher? Die Feuerwehr macht viel mehr... Bräuche? Nee, die klingt anders. Max, das sind die Symptome von der Rauchvergiftung. Alles fällt gleich vorbei. Glaub ich's. Ja, dieser Dumpf. Er war Nullarzt. Oh, Junge. Jedes Mal diese Spannung. Nee, mach das nicht aus. Das ist doch schön. Äh, Junge, der Block. Nee, pass auf. Achso, da ist ein Video. Ja. Schau dir diesen Dumpf an. Ja, also... Höher, höher, höher. Ach, ist das romantisch. Die Überrisse und Riegen. Junge, wie warm das unter dieser Haut wird. Unter dieser Haut? Ja. Aber der Rauchmelder geht nie an. Das ist echt krass. Ja, so stelle ich mir einen schönen Vatergarten vor. Das ist der Nachtisch. Das ist der Nachtisch. Ich hab den Rauchmelder. Habe ich mit ganz, ganz viel Klebeband und äh... Schatz, Schatz, halt mal. Was denn? Das darfst du nicht... Nicht mal erwähnen? Nein! Das kann doch eine Lüge sein. Nein, nein, nein! Halt die... Deine wäre ja vorher nicht losgegangen. Ich hab mich voll geschissen. Darf ich das auspinkeln? Geht auch mal lange, geht das nicht mehr aus. Das wisst ihr dann, dass ich das auspinkeln darf? Aber ohne Lümmel. Ich will das auspinkeln. Äh... Das stinkt im Zimmer. Egal, das stinkt eh schon. Also ich glaub... Können wir das langsam löschen dann? Nee... Nee... Ich darf nicht löschen. Aber hol doch auf und langsam lasst ihn. Ja, jetzt... Ja, wenn du's aber löscht... Ah, du... Versuch's... Oh, Junge, ruf! Jan, nein, hör doch auf! Hör doch auf! Hör doch auf! Dann wird er... Dann wird er... Hör doch auf! Nein, hör doch auf! Zum Glück muss ich hier nicht pennen. Ja, ich schlafe heute auch nicht. Ja, ich schlafe heute auch nicht. Solange ihr kein Kla... Ja, kein Kla... Nein, du machst lieber mit irgendwie... Ich drück irgendwas drauf, dann gibt's keinen Raum. Nein, wir lassen das Kla... Lassen wir auf das Wasser klar so und nehmen. Nein, kein Wasser! Nein! Entspann dich, mach doch! Junge, hier ist der Wuppe! Nein, 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 nein! Das brennt auch! Junge, nein! Junge, das stinkt! Oh, Junge, wie das stinkt! Ohne Witz, das wird echt unangenehm. Jetzt solltest du's mal dringend ausmachen. Nimm auch irgendwas und drückst aus. Mach du mal Superfahrer... Ehhh! Ehhhh! Ehhhh! Superfahrer, Hilfe! Warte, warte, warte! Lass uns einen Foto machen! Nein, ich nicht! Nicht das Blas, nicht bis du bist! Komm! Nein, bitte! Bis du bist! Äh, das Bierglas! Ne, ne, ne! Doch, doch, doch! Das ist Glas! Einfach noch... Den Bellwider! Nicht den Bellwider! Der ist mehr, das ist das Blatt! Scheiße! Scheiße! Aus! Ne, ne, ne! Okay, so... So gut, dass der Feuer wälzt! Und jetzt hier aus, bitte noch! Ey, lol! Sicher, dass Glas nicht platzt? Das dauert 7, 800 Grad oder so. Alles gut. Okay, alles gut. Jetzt... Ich... Ich... Lüfte plexig. Also auslüften! Seht ihr es doch auch entwickeln? Es ist einfach noch wunderschön! Die Platze muss kommen. Ich... Bin mal kurz draußen, Alter... Ich will weiter leben! Ja, das ist eine Lüge! Ist nächstes, ich bleib dir auf...